Das erste ist, wie auch immer, das ist jedenfalls mit voller Kontrollunterstützung und da ich gerade The Dungeon of Naholburg fertig gespielt habe, bin ich noch auf den Controller geeicht. Also dann machen wir mal, oder Gamepad, wie auch immer man das nennen will. Ich drück mal den Aniki-Button und gehe erstmal in die Settings. So, Settings, Grafik, Kamera, FISP, Minimap, Audio Settings, das will ich. Da hört man jetzt noch ein bisschen, aber wenn es dann wieder steigt, dann mach das mal so. So, Back, Cutscene Audio won't be affected. So, gut, alles andere will ich mir jetzt gar nicht angucken. Ich möchte jetzt ein neues Spiel spielen, auf EZ. Ja, ich bin neu, ich habe das noch nie gespielt. You got the Dragon Got Amulet, Autosave Complete, Chapter 1. Ah, Geldeintreiber. So, das ist der Vorspann, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Ist er dagegen oder nicht? Ja, da ist das Armband, das wollten wir haben. Ja, da kommen schon die ersten. Ich muss ihn gleich schießen, aber dann. Oh, der guckt aber ein bisschen ernst, ne? Und jetzt? Downloading, ja, was denn? Ich möchte hier ein Tutorial haben. Prevage Day, September 30, 1995, spät im Nacht. Okay, und jetzt? der zu markierjur ach das ist ja leutnant durch das kann ich gar nicht lesen mensch so ich nehme an ich bin im so ich bin ich bin ich bin du ich bin ich bin ich bin Okay, dann gehen wir. Oh, mein Mann. Ich habe wieder eine neue Verlust-Fu-Zug-Ten. Du bist nicht so gut, was du? Wie ist dein Mann? Ich zeige dir, dass ich eine gute Verlust-Fu-Zug-Ten. Was ist das? da muss man ständig gedrückt halten Ich gehe zu den Neum. Ich bin jetzt auch in den Geheimdienst. Ich habe den Geheimdienst. Ich bin heute noch ein paar Mal. Ich bin heute nicht gut, aber ich bin heute noch nicht mehr. Ich bin heute noch da. Ich bin heute noch ein paar Mal. Hallo, Schinni, ich bin auch nicht das. Ich bin heute noch ein paar Mal. gott kann ich die tasse wieder loslassen ich bin seit dem 5.00 Uhr Was ist das? Es ist nicht möglich, dass es nicht möglich ist. Entschuldigung, aber es ist nicht möglich! Hey, mach es gut! Was... zu töten? Was? Das ist, dass man nur die Verkaufung und die Verkaufung machen kann. Der Geld nicht verdient werden kann, dass man sich nicht verdient werden kann. Ich glaube, alle sind so. Das ist das, was man nicht verdient, wenn man nicht verdient hat, dass man nicht verdient hat, was man nicht verdient hat. er hat das money nicht ich komme es 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 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. 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 Wer bist du? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr Lieber ist ein ganzes Kind. Das war's für heute. Ich wollte euch sagen. Ich will einen solchen Frau und einen tollen Koffer. Das war's für heute. Was ich mit dem? Sorry. Was für heute mit Kiyu? Das war's für dich. Oh, das ist gut. Na, okay. Wenn du auch so denkst, dann kannst du es nicht so schwer machen. Yule, hey. Ja, ich werde dich vergessen. Ich werde mich merken, aber... Aber was? Ich werde mich überlegen. Wie soll ich das machen? Ich werde mich überlegen. Was? Ich werde mich überlegen. Ich werde mich überlegen. Nein, nicht mit dem Schäu und bei dir. Ich werde mich überlegen. Ich kann das Endes nicht weit weg. Ich werde mich überlegen. Ich werde mich überlegen. Ich werde mein Schäufer machen. dann bin ich. Was ist das? Was ist das, was du? Wenn du so an, dann gehst du dich! Das war's. Du hast es geschafft? Hm? Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletze, dass ich es nicht verletze, dass ich es nicht verletze, dass ich es nicht verletze. Ich bin nur einig, aber ich bin einfach nicht so. Ich bin einig, dass ich mich nicht so schrecklich bin. Es ist einfach nur in der Welt, dass ich mich nicht so schrecklich bin. Wenn ich mich nicht so schrecklich bin, dann kann ich mich nicht so schrecklich sein. Ich bin nicht so schrecklich, aber ich habe keine Gedanken zu ändern. Mm-hmm. Ja. Das Kuchen kann ich mir das? Wenn ich das nicht so mache, dann muss ich es nicht sein. Okay! Hier, was ich am besten? Ich will das mit dem Kampfwerfen. Gehe, ihr seid! Na, du bist wieder. Hier, noch nicht mehr. Ich bin es am liebsten. Ich bin so nett. Oh, wo sind sie? Wo sind sie? Wo kennen wir sie? Yakuza. Was jetzt? Artalk. あれ?桐生さん、ここの奥に用事じゃなかったんですか? あ、あれ? 桐生さん、この奥に用事じゃなかったんですか? よいろ? おい、お兄さん。いっぱい飲んでて。 いいものにするの? ちょっと寄ってきませんか? はい。 あ、ね。 Ah, die sehen alle gleich aus, die Straßen hier. Kann man auch noch normal gehen? Da muss man noch ganz wenig antippen hier, ne? I'm getting further away if I got the way. Nun, bin ich denn nicht da? Ich will hier anders ran, ne? Lass ich da jetzt wieder hin? Hau! Oh! Das ist危険, ne? Das ist schön, ne? Da ist er ja schon wieder. Da bin ich doch hier. Talk. Da bin ich ja schon wieder. Da bin ich ja schon wieder. Ich bin ja schon wieder. Ja. Das ist das denn nicht. Da. Da komme ich aber nicht rein. Da auch nicht. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich wollte doch hier hin. Jetzt zeigte ich in die andere Richtung. Da. Da rein. Das ist mir so ein bisschen unklar, was hier jetzt passiert. Dann gehen wir nochmal wieder raus hier. Gehen wir dann mal links ab. Der ist ja hier links. Was denn jetzt? und da war ich doch schon drin die treppe hochgehen scheinen nicht da soll ich mal rein Was ist das? also da muss man englischen staat nicht so wie ich wurde 50 jahre her ist und nur schulenglisch wieder 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 ich möchte mich wieder in der Wenn es das nicht möglich ist, dann... ... also... ... also... ... also... Ah, ich bin hier! Yumi! Ich bin schon... ... und jetzt? Ich bin auch... ... und ich bin auch... ... und bitte nicht... ... 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 Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß nicht, was ich nicht mehr so gut. Was hast du gesagt? Ich bin ein Kind der Mannschaft, oder? Ja, ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind der Mannschaft. Ich bin ein Kind der Mannschaft, der Kierloum. Hm. Wenn du nicht mehr als ein Gehirn verletzt hast, dann wirst du nicht mehr Sinn. Wenn du das so schnell bist, dann kannst du nicht mehr schlafen. Wenn du nicht mehr als ein Gehirn bist, dann kannst du auch deine Hand nehmen. Wieso? Ja. Ich hoffe, dass du dich anst. Nei, nei, ich habe gerade mit dem Kunden gespielt, aber jetzt ist es Yumi-chan's Geburtstag, nicht wahr? Du hast du schon vorbereitet? Eh? Ah, ich glaube, es ist schon so ein Zeitpunkt. Scheiße, du hast du vergessen? Nein, ich bin schon sehr忙. Das ist Nisikiyama-kun, Das ist schon eine gute Idee. Natürlich. Eine Pinkdaiya-Nechle. Das ist so hoch. Ich habe schon schon seit Jahren ein paar Monaten gekauft. Ich habe es schon mal bereitgestellt. Ich habe es schon bereitgestellt. Oh, so war das. Dann machen wir uns mal party. Oh, ich bin so gut. Ich werde es auch kaufen. Ich bin schon wieder auf dem Weg gekommen. Ich bin wirklich gut. Ich bin bereit. Wie geht's Kiyu? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ist egal. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. So, wie geht es mit dem Handeln? Was? Handeln? So? So. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das der französische Branche? Es ist nur ein neues Film, aber es ist sehr gut für eine Frau. Als ich mit dem Yumi-Kan habe, habe ich auch gesagt, dass sie auch sie wollen. So? Hey, wenn du das? ja also anscheinend wird er ja eine richtige geschichte auch erzählt mit liebe und was ich noch alles ich will einen ring kaufen ja hier kam es darauf an dass wir sehen was das spiel bietet wie es so läuft es wird also dann immer eingeblendet wenn man irgendwas brauchen 9 machen können von daher jetzt dringend kriegt man aufgaben so ich habe 120.000 jen in der tasche ich möchte jetzt den stream auch beenden ich denke man hat genug gesehen wer darauf steht solche spiele zu spielen der hat jetzt denke ich mal einen einblick kommen ob es was zu ihnen wäre oder nicht und den knöpfen drücken für mich ist das eher nichts mehr so aber ich wollte mir mal angeguckt haben weil ich gucke mir ja ganz viele spiele an da kommen auch jede woche etliche wieder dazu auf meinen tutorial kanal weil ich möchte wissen ob die tutorial haben ob es gut ist und ob es auf deutsch ist und natürlich gucke ich mir dann auch das spiel an ob ich mal weiter spielen will da sind schon viele durchgefallen aber ich denke mir wenn ich mal gucke dann kann jeder mit gucken der vielleicht auch interesse hat so bringt das allen was dann danke fürs zuschauen und würde mich freuen wenn wir uns beim nächsten video wiedersehen bis dahin bleibt gesund tschüss